So, wir können das gewinnen, natürlich ist die Mannschaft ein bisschen jetzt deprimiert Jetzt weg damit Wer ist diese Woche? Master Sheet Ich lobe den nicht, den brauchen wir nächste Woche Muss ich mir bald sagen, du musst in Top Form sein Aber jetzt erstmal Transfermarkt Und jetzt mal nach Mosquera suchen Mosquera Und suchen Hat er bald, da ist er doch Den mal scouten Der hat eine Bekanntheit von 10 Okay, der hat eine Bekanntheit von 5 Spieler scouten, ja Der hat eine 5, nicht 5 von 10 Statistiken Okay Der hat nämlich richtig gute Werte Marktwert Okay Wow, Soundfehler selbst diesmal Keine Weihnachtsartikel mehr auf Lager So Und jetzt erstmal Vorspulen Bis zum Heimspiel gegen Dresden Nix Neues noch Nix Neues noch Okay Erholung Erholung Dynamo Dresden ist Platz 18 Okay Gut zu wissen Neue Nachrichten Scouting abgeschlossen So Oh, steht Bekanntheit bitteschön Das ist doch Bekanntheit Oder Ach, das ist Bekanntheit Ach so Jetzt verstehe ich Ich dachte immer die Zeile wäre Bekanntheit Ihr Scout hat die Büroobachtung des letzten Spiels auf seiner Liste damit abgeschlossen Stefan Riedpitsch Zwei Tore Wie alt ist er? 12 Der kann sich entwickeln Sagen wir der muss aufgestellt sein Und welchen nehmen wir? Dockern Ben Frankisch Guarding abgeschlossen Sechs Spieler Höchst auf Robles Und hier 4 Stunden 4 Stunden YAY YAY Okay, gut Okay, gut Was dreht Beantwortet Sie haben die Lezent für die Neues ohne Auflage erhalten In diesem Was ist in Ordnung Was ist in Ordnung Ich will nur Golf spielen Ich möchte nicht segeln Erstmal mache ich Golf Dann schauen wir mal weiter Dann schauen wir mal weiter Teams Oh Ich glaube Training muss sich mal ein bisschen ändern Und hier Wo sind wir Wo sind wir Erholung leicht Ja Okay Ab der Arbeit Passspiel Achso Erst ab hier beginnt meine Konfiguration Jetzt ist gut zu wissen Jetzt ist gut zu wissen Wie sind die so Ja, das lass ich den mal Teuerkauf muss ein bisschen zur Ruhe kommen Fernschüsse 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 Sonst Dieht unsere erste Mannschaft Gar nicht mal so schlecht aus Gehen wir mal zur zweiten Mannschaft Ja Sie kommen langsam auch in Form Das ist schon mal nicht schlecht Und dann sage ich mal Speichern wir hier Und man sieht sich dann Ja Das nächste Mal Im Heimspiel Ja im Heimspiel Gegen Dynamo Dresden Also Ciao